Mit der Web-Akademie der Handwerkskammer Koblenz bringen wir Ihren Unterricht nach Hause oder wo auch immer Sie sich zuschalten. In Meisterkursen und Lehrgängen der Fort- und Weiterbildung findet eine Mischung aus Präsenz- und Onlineunterricht statt. Dort, wo es notwendig ist, besuchen Sie uns weiterhin in einem unserer Bildungszentren. Wo es sinnvoll ist, bringen wir die Lerninhalte einfach via Webunterricht zu Ihnen nach Hause. Ihre Unterlagen erhalten Sie per E-Mail oder Download. Auch an zahlreichen kostenfreien Beratungs- und Informationsangeboten nehmen Sie ganz bequem von jedem Ort der Welt teil. Alles, was Sie mitbringen, sind ein internetfähiges Laptop oder PC, ein Headset und gegebenenfalls eine Webcam. So steht Ihrem Erfolg nichts im Wege. Gemeinsam sind wir gerüstet für das, was noch kommt. Wir bringen Bildung überall hin.